servus liebe ball of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal ich habe länger nicht darüber berichtet weil es ehrlich gesagt nicht so viel neues gibt aber jetzt ist wirklich die kacke am dampfen auf gut deutsch bei activision blizzard geht es richtig rund und alles feuert gegen bobby kotick seinerseits ceo also quasi oberboss von activision blizzard das ganze geht jetzt sogar so weit dass xbox und playstation zwei giganten auf dem video spielmarkt bobby kotick verurteilen und sogar in frage stellen die zusammenarbeit mit activision blizzard und so wie das gerade läuft es ist einfach krass was jetzt wieder auf blizzard einprasselt es wird nicht besser hintergrund warum sowas bitter sein kann mit xbox playstation zusammenarbeit ist ja durchaus dass du auch blizzard titel auf der xbox und auf der playstation hast siehe diablo ja um als beispiel zu nennen siehe overwatch also die konsolen sind für das unternehmen durchaus wichtig und gerade activision call of duty nun ja aber worum geht's fangen wir erstmal an was xbox playstation und so weiter sagen geht um einen report von bloomberg die berichtet haben dass der xbox chef seinerseits gesagt hatte dass sie alle aspekte der zusammenarbeit der beziehung mit activision blizzard infrage stellen hinterfragen und proaktiv anpassungen vornehmen werden das bedeutet konkret dass sie eine mögliche zusammenarbeit vielleicht unter diesen umständen wenn bobby kotick weiterhin am steuer bleibt vielleicht gefährdet ist hintergrund ist dann dass gesagt wird dass xbox von den vorkommnissen bei activision blizzard schockiert ist und da kam auch noch mal was neues dazu worüber wir gleich sprechen und es wird halt gesagt dass diese verhaltensweise von kotick keine chance keinen platz in der gaming industrie hat playstation geht in dieselbe richtung jim ryan playstation chef hat sich da auch wohl ja negativ geäußert da ging es vor allem darum dass blizzard ja damals eine e mail geschickt hatte dass sie ja quasi nichts mitbekommen haben von dieser arbeitskultur von beeinträchtigungen von diskriminierung und so weiter und so weiter und so weiter und da haben sie geschrieben dass sie sofort nach bekannt werden dieser tatsachen activision kontaktiert haben und dass sie bedenken geäußert haben und auch nachgefragt haben wie blizzard activision mit diesen vorwürfen umgehen möchte und haben dann auch gesagt dass die statements von activision blizzard nicht den ernst der lage widerspiegeln und dass sie nicht geglaubt haben dass blizzard auf diese vorwürfe eine gute antwort gegeben hat um es vereinfacht zusammenzufassen was wir jetzt noch haben ist bobby kotick da gab es die woche beispielsweise einen neuen report jen o'neal hat ja mit mike ibarra die führung übernommen bei blizzard entertainment die beiden zusammen und nach drei monaten ungefähr ist sie wieder gegangen hintergrund ist jetzt das kam durch diesen ganzen report rein dass sie eine e mail verfasst hat und nicht glaubt oder keine führung in die kein vertrauen in die activision führung hatte dass die geeignet sind die aktuelle situation umzudrehen und gleichzeitig kam auch noch heraus dass sie selber gesagt hat früher in ihrer karriere wurde sie bei activision auch sexuell belästigt und bei blizzard jetzt zum schluss hat sie weniger gehalt bekommen als mike ibarra das ganze wurde wohl auch angeblich an bobby kotick herangetragen und mike ibarra selber wollte dass die beiden gleich viel verdienen und er hat das dann abgelehnt auch ganz interessant und naja es kam dann sachen raus dass kotick früher selber in den gerichtsfall verwickelt war weil ein co-head oder co-leader von activision blizzard in den fall von sexueller belästigung involviert war und so weiter und so fort also es geht richtig rund und jetzt kommt da noch hinzu dass 500 mitarbeiter von activision blizzard ursprünglich einen brief sozusagen verfasst haben wo drin sie kein vertrauen mehr in bobby kotick ausdrücken und letzten endes fordern dass er an der spitze ersetzt wird mittlerweile zu dem zeitpunkt wo ich das aufnehmen sind die überschriften auf über 1400 geklettert und ja es wird immer immer dünner und in diesen verfassten schreiben der mitarbeiter heißt es unter anderem beziehungsweise in der petition dass bobby kotick gezeigt hat dass er sich nicht kümmert um seine angestellten und dass er nicht geeignet ist CEO von activision blizzard zu sein sie wissen auch dass die petition nicht garantiert dass er gehen wird aber sie wollen zeigen dass es nicht okay ist dass er die hilferufe seiner mitarbeiter ignoriert und so weiter und so fort also es schlägt langsam richtig wellen bei jetzt fällt intern auch noch einiges zusammen wir haben ja schon vor mondagen gesagt vielleicht ist das das was blizzard brauchte um wieder auf den weg zu kommen beziehungsweise activision blizzard aber ja es hakelt tieflack nach tieflack und kritik auch von den leuten dass genau in so einem moment blizzard shop artikel rausgebracht hat für viel geld nun ja auf jeden fall das ist die neueste episode der saga bin gespannt wie das weitergeht und damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video reingehauen she's